und ich muss im passen moment einfach meine portale mal löschen die blaue flüssigkeit weiß was ich meine blaue flüssigkeit hier durch und zwar willst du mal dein star und dein star machen sie mal warte mal ganz kurz wenn man ja ich weiß dann bleibt das da drinnen jetzt kann es durchgehen und wieder drüben machen ich mache jetzt einfach das war einfach durch das weiß ich habe die blaue flüssigkeit da genug ist ich glaube wir müssen noch mal noch was durchschießen das ist ja noch mal drücken können müssen da oben hin oder wie drehen oder oben hin auf jeden fall nur einer ja ich habe vergessen zu springen zu drücken kannst du da oben rein springen kannst das ist einfach aber da unten ist auch noch ein button was passiert wenn du darauf geht wird sich da oben die fläche drehen moment komme ich vielleicht so hoch warte mal warte mal ich hätte in dem moment eigentlich da das portal austauschen müssen weil ich dieses nehmen kann hier ich komme da nämlich nicht mehr hin wenn ich da oben lang gibt und kann ich das nämlich schön austauschen nein oh doch so nein wie das jetzt genau das gleiche nur andersrum dass du auch hier bist jetzt musst du ach nee warte mal jetzt ist das weg ne warte 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 bevor du springst komm da eh nicht rauf bist du so fett oder wat bist du so fett bist du so fett so fett so fett normaler müssen wir ja da oben hin ja aber ich weiß nicht ob das reicht wenn da nur einer hingeht ja aber ich weiß nicht ob das reicht wenn da nur einer hingeht ich weiß nicht ich übertreibs mal wieder mit dem springen warte mal eben dass du ne das geht ja gar nicht da ist ja keine wand mehr ne wegen der blauen flüssigkeit dass du die an die wand kriegst wenn du hin und her springst aber das geht ja nicht ich muss eigentlich nur da rüber fliegen nein ich will doch da rüber springen geronimo nein ich schaff's nicht ja aber du stehst ja du musst machen da hinten das portal dann setzen und dass du immer nicht rüber kommen kannst dass du da das hast warte mal oder reicht das eigentlich wenn ich das ach du musst mit rüber kommen wieso du kannst spring mal die wand entlang du musst auf dem button bleiben ja damit sich das hier öffnet komm mal rüber nein das nein du hast die portal nicht tauschen ja du löscht die doch ja aber trotzdem wieso soll ich rüber hier du musst auf diesen knopf hier siehst du den dann muss ich da rüber Fettsack weil ich gerade am jumpen bin also bist du der Fettsack der kleine Runde also bist du der Fettsack der kleine Runde dann geht das portal immer weg ich weiß das war auf jeden Fall absicht so hast du gesehen was passiert ist ja also einmal sterben oder was ne ne kannst du zurückspringen geh doch da unten lang ach ja so jetzt fehlt nur noch was fehlt denn noch gar nicht sicher hui ja sicher so da stimmt was nicht die Tür sollte sich öffnen nein ich wink mal hi geschafft mussten wir jetzt echt winken? ja wir mussten ernsthaft winken ja ich hab einfach so aus 6 und dollerei raufgedrückt du weißt das war das letzte Level ne? ja aber da wir haben noch was anderes ein Level da wo wir durchgegangen sind doch da wo wir durchgegangen sind doch ja das sind erstmal die Dinger die erstmal richtig fertig sind das andere sind ja irgendwie Bonus Level ja aber die sind richtig krass die Bonus Level ja aber die sind richtig krass die Bonus Level ja nix das testen hat sich gelohnt das testen hat sich gelohnt all diese Tests Objekte was sooo viele Tests die wissenschaft dankt euch die wissenschaft dankt euch machen die ganze scheiße durch es gibt noch mehr Arbeit hm ey nun zur wissenschaft ah ja wir bleiben ganz schön leise ne ja du weißt was das jetzt heißt hier ne leise hm ach wir haben hier schon 2 Stunden oh ja krank erfüllt sich das schon wieder was das sehen wir die Aktion die ganzen Credits aha kein Teamplayer kein Teamplayer kein Teamplayer soziale Inkompetenz mhm ist undiszipliniert teilt nie kann man das wegdrücken glaub nicht schläft nur na müssen wir uns das mal antun jetzt nie pünktlich nie pünktlich hm schlechter Zuhörer oh wie lange wird das jetzt wohl dauern hab keine Ahnung Ich kann den Zeug mal ein bisschen lauter stehen wieder. Das ist gerade ein bisschen lauter. Das ist echt. Ich hasse auch Montage. Gott sei Dank, wir hassen nicht Montage. Meine Güte, ey. So viele Leute haben da dran gearbeitet, sind die schlecht. Heftig. Wir sind erstmal gerade bei I. Na ja, ich freue mich. Guck mal, da bin ich, da bin ich. Wie ist denn das denn gemacht? Weiß ich nicht. Kam automatisch, tschüss, da bin ich wieder weg. Achso. Launisch. Hat Angst vor Nähe. Ja, schöne Credits. Konfliktcheu. Laber nicht. Ängstlich. Sind erst bei Karma, meine Güte, ey. Hoffentlich gibt es keine Leute mit Z. Aggressiv. Das mag ich. Da warst du eben aggressiv, als sie dich gescannt hat. Näh. Doch, sie hat dich gescannt und dann stand aggressiv, hat sie gesagt. Liebt Schadenfreude. Kein Selbstvertrauen. Juck. 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 M. Yay. Arbeitsumfang. Tun sie alle. Bewegt Lippen beim Lesen. Ja, ja. Boah. Laber nicht. Deum. 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 Kein Mitgefühl. Alter, das ist doch nicht wahr. Trüger. Doch, leider schon. Klaut Essen von Mitarbeitern aus dem Kühlschrank. Hahaha. Äh. Perfektionist, wo liegt das Problem? Meine Güte. Ja, es erreicht. Schwarzseher. Boah. Bööö. Brandstifter. Das dauert noch. Äh. Äh. Überzieht Mittagspause. Ja, wieso nicht? Wenn ein Zettel für da ist. Ja. Hm. Boah. Gut, das reicht zur Akte der ersten Person. Sehen wir uns noch andere an. Nein. Hm, hm. Los nicht. Geht der immer noch weiter? Ja, ich sehe es. Da sind wir bei denen. Ja, das kann man die nächsten. Jetzt kommen irgendwie noch was Zusatzdinger. Ja. Ja. Und? Haben wir es erreicht? Neh, wir haben noch nicht. Nein. Oh, da kann es noch kein Ende. Mann. Ja. Geh auf, wieder von vorn anzufangen. Oh, oh. Ich will sie nicht. Ah, nee, das ist ein spezieller Dank an. Ja. An Dell, hallo. An die NSA. NASA, Mann. Ich weiß. Da war einfach das eine A weg und dann NSA. Fertig. Ja, NSA, wir meinen euch. Jetzt haben sie uns. Yeah, Konfetti. Das war Tess. Hätte ich jetzt auch gesagt. So, was du das? Ich? Nö. Ja, wir haben es geschafft. Innen stehen nun alle Tests zur Auswahl. Zu ihrer Unterstützung wurden alle Sicherheitsvorkehrungen in den Testkammern deaktiviert. Ja. Wie gesagt, hier haben wir die Dinger auch noch, wenn wir hier rüber gehen. Ja, aber die machen wir jetzt nicht. Ne, die machen wir beim nächsten Mal. Das heißt dann, wir beenden jetzt die Aufnahme. Abonnieren ist kostenlos und bis zum nächsten Mal bei Portal 2. Ciao, ciao. Tschüss.